Ich bin stark, ich bin gnadenlos, ich bin... Eigentlich bin ich ganz lieb. Mein Name ist Tommaso Scroletti, ich komme aus Rom und ich liebe das Leben. Ich lebe quasi im Fitnessstudio. Jeden Tag arbeite ich an meinem Körper und das ist das Ergebnis. Deshalb arbeite ich auch als Personal Trainer. Aber auch ich muss manchmal motiviert werden. Das übernimmt Claudius Bampinato. Er tritt mir auch mal in den Hintern und manchmal hat er echt verrückte Ideen. Ich habe ihm gesagt, wenn du schon im Handstand bist, dann zieh doch einfach mal ein Auto. Und ich sagte, was, nur ein Auto? Da geht noch sehr viel mehr. Schau dir mal diese Muckis an. Heute bin ich stärker denn je. Ich werde meine Rekorde brechen und meine Grenzen überwinden. Und das werde ich euch beweisen.